Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Habt ihr Lust auf eine Roomtour? Dann bleibt renn! Wir fangen mal im Cockpit an. Der Unterbau ist ein Peugeot, 2 Liter, 160 PS. Die Front- und Seitenscheiben kann man mit Plissés verdunkeln. Die Sitzgruppe ist für 4 Personen ausgelegt mit ausdrebbarem Tisch. Über dem Küchenbereich befindet sich ein großes Dachfenster, des Weiteren eine Klimaanlage und im Heck eine Lüftungsdachluke. Ein großes Panoramafenster befindet sich über den Fahrersitzen. Darunter befindet sich eine geräumige Ablage. Und da wir aus der Flamingo-Gegend, aus dem westlichen Münsterland kommen, muss unser Maskottchen auch immer dabei sein. Über der Dinette befinden sich zwei große Staufächer und ein 22 Zoll Fernseher. Die Küchenzeile hat oben ein großes Staufach für Geschirr und so weiter. Die Rundspüle ist schön tief und es gibt einen 3-Flammen-Herd. Des Weiteren gibt es eine Ablagenvergrößerung, ideal zum Essen vorbereiten. Unten befindet sich eine große Lade für Besteck und Gewürze etc. Links darunter ist ein Topf und Pfannenschrank. Und rechts daneben ist unser Lebensmittelschrank. Der Vorbesitzer hat hier zusätzlich drei Ausziehkörbe installiert. Ganz unten haben wir Zwiebeln und Kartoffeln untergebracht. Und unter dem Kühlschrank befindet sich ein großes Fach. Passend dazu wurde eine Lade gebaut, in der alles Mögliche reinpasst. Über dem Kühlschrank befindet sich auch ein großes Fach, wo Küchenutensilien untergebracht sind, die wir nicht so oft brauchen, obwohl der Omnia wird fast jeden Tag benutzt. Der Kühlschrank ist groß mit seinen 142 Litern Fassungsvermögen und hat ein 12 Liter herausnehmbares Gefrierfach. Jetzt gehen wir in den Schlafbereich. Zwei Stufen führen nach oben. Das ganze Mobil hat eine schöne Ambientebeleuchtung. Vor den Fenstern haben wir hier ein Brett zum Schutz vor Kälte jetzt im Winter. Die kann man entfernen. Die Staufächer reichen aus, um Anziehsachen unterzubringen. Überall gibt es Steckdosen. Ja, in der oberen Stufe ist auch noch ein großes Fach. Das nutzen wir für Getränke. Aus den Einzelbetten kann man auch eine große Liegefläche machen. Ja, jetzt haben wir hier rechts und links auch noch so Staufächer. Hier hat der Vorbesitzer auch so ein Kratten oder Kisten. Regalsystem reingebaut. Das ist ganz praktisch. Können wir aber sortieren. Linke Seite. Ja, da ist das große Kissen drin für das große Bett. Habe ich gerade schon gezeigt, wie man das macht. Ja, und da ist auch eine Kleiderstange drin. Da könnte man dann auch Sachen aufhängen. Jetzt gehen wir mal ins Bad. Also Platz ist hier genug. Ich kann hier mal die Dusche raus. So, genau. Was specken. Das Waschbecken kann man nach links schieben, um gescheit die Toilette zu benutzen. Der Vorbesitzer hat den Toilettenspülknopf nach vorne gelegt, sowie den Papierhalter in die Wand gelegt. Ganz toll ist auch der große Spiegelschrank und der große Spiegel rechts an der Wand. Die Tür schnappt per Magnet zu. Da oben ist die Anzeige für den Wasserstand. Frischwasser und Abwasser. Moment, da ist Abwasser. Also 25% Abwasser ist jetzt drin. Ja, das steht schräg. Und halb voll Frischwasser. Ja. Dann links haben wir die Batterie, die Bordbatterie und die... Ach, das ist die Bordbatterie. Ach, das ist die Bordbatterie. Ja, und das ist die Aufbaubatterie hier. Ja. Ja. Und wir sind ja jetzt am Strom angeschlossen. Landstrom. So, dann haben wir hier den Schalter für die Außenleuchte mit Bewegungsmelder und das ist die Truma-Anzeige für Heizung, für warmes Wasser. Funktioniert auch über INET, also fernbedient. Ja. Und das ist noch ein Thermometer. So, oben ist die Gefrierfachtemperatur. Ja. Das ist die Kühlschrank-Temperatur, das ist die Raum-In-Temperatur und das ist die Außentemperatur. Ja, super. Und 97% Luftfeuchtigkeit, also es nieset. So, jetzt gehen wir nach draußen, ne? Das ist eine elektrische Trittstufe. Die kann man, geht automatisch rein, raus. Jetzt machen wir mal die Außensachen. Hier ist eine Außengasklappe. Das ist ganz toll, wenn man im Sommer mal draußen grillen möchte, ne, Hermann? Ja. Ja. So. Ah. Was haben wir hier? Ja, 12 Kilo, aber die ist jetzt leer. Oh. Die ist leer. Ja. Äh. Da ist doch auch ein Duo-Control-System. Ja, so eine Art Duo-Control. Das ist eine andere Warte. Also wir dürfen die auch auflassen während der Fahrten. Ja, hier hinten haben wir eine große Heckklappe. Die Heckgarage ist schon reichlich voll, ne? Stühle, Tisch, ja, diverse Sachen, die man braucht. Dann haben wir hier den Fahrradträger. Dann haben wir hier noch eine große Klappe. Das ist ein tolles Regalsystem. Ja, der Vorbesitzer hat ein ganz tolles Regalsystem da eingebaut. Die Dosen werden wir alle noch beschriften. Da kann man zum Beispiel Schuhe lagern, Getränke, Werkzeug. Ach, alles Mögliche, ne? Wasser, Stromutensilien. Ja, Wasser und Stromutensilien, genau. Die Schläuche alle, ne? Da hinten ist noch die Leiter drin. Ja. So, dann haben wir hier eine Klappe. Da ist die Toilettenkassette drin. Genau. Also der Wagen ist wintertauglich, ne? Da ist auch ein Frostschutz drin, oder? Ja, eine Heizung läuft hier. Ah ja, super. Und was ist das hier? Die schöne Lasche hier. Ach, ich weiß. Damit das Tropfwasser hier rüber, von der Heizung hier rüber weg kann. Dann ist da noch eine Klappe. Die befindet sich unter dem Fenster vom S-Bereich, ne? Da ist dann, da ist der große Wassertank drin. Frischwassertank und Abwassertank. Wie viel Liter? Und Stromzufuhr. Ja. 90 Liter Frischwasser. Also 90 Liter Frischwasser und Abwasser, dann muss dann auch wohl so viel sein. Der Stromanschluss ist auch hier von innen. Das finde ich auch ganz gut, wenn der nicht so von außen dran ist. Ne? Das ist für Grauwasser. Grauwasser, ja. Genau. Ja, das war es dann auch schon. Ja, die Außenmaße haben wir ja schon gesagt im letzten Video. 6 Meter. 70. 70 ist der lang. 22 Meter breit. Und die Höhe weiß ich jetzt nicht. Ne, weiß ich auch nicht, aber wir können gut drin stehen. Und der hat auch die tolle Antenne da oben. Ist auch ganz toll. Ja, wir stehen ja hier jetzt noch auf dem Stellplatz von Bielefeld auf dem Johannesberg. Es ist sehr ruhig hier. Es geht nur eine Straße zum Hotel hoch und zu Fuß bis in die Stadt sind es circa 1,7 Kilometer. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Von der kleinen Bubentour. Ne, geht nicht. Ne. Muss ich abschließen. Ja, bis zum nächsten Video dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020